Also siehst du, da müssen sie jetzt wirklich voll bremsen, auch oben in der Ausstellung muss eine Grenze gemacht werden. Es hat so viele Leute, sensationell viele Leute. Stau, 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 kann sich kaum bewegen. Das ist die Sonderaumstellung zu Darao und schau mal hier, mein Liebling, allein dafür bezahle ich gerne diese 150 Franken im Jahr. Das Kunstmuseum macht nicht mit bei der Museumskarte hier in der Schweiz. Aber damit ich einmal in der Woche meine drei Arbeiten anschauen gehen kann, schau mal das, die abgerissene Hand. Und schau mal, es ist nicht einmal verbunden, diese ganze Maschinerade ist ja gar nicht verbunden, aber es ist abgerissen. Dann hier meine andere, diese Serie finde ich ganz genial, im Museum in Chur. Da steht, es meint sich eine noch schönere Arbeit, aber immer. Wunderbar. 39. Hey, hallo. Scharfstellen. 39. 39 bis 45 hat er die gemacht. Siehst du, die Handgranate. Handgranate. Ziehen sie dir am Köpfchen und zack, bist du weg. Menschenmaterial, Materialschlacht. So, und dann noch mein letztes. Mein Gott, kann man es besser auf den Punkt bringen, diese Prekarität des Menschen. Sensationelle Arbeit. Und eben hier, da war eben diese Hand, die offene Hand, der abgerissene Arm. Ich habe schon zweimal, via Twitter gefragt, frag den Kurator. Alles Design, die Kunstvermittler. Mein Gott. So, also, ich kann keine Kunst mehr sehen. Und Abflug. Also, ich kann nicht mehr sehen. Vielen Dank.